Was geht ab, liebe Leute? Hier ist wieder Dan Neymar. Ich bin Danzweinsacht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde diesmal was ganz, 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 ganz Neues ausprobieren in Sachen Gaming. Und zwar Formel 1. Bis dahin, jeder kennt Formel 1 und auch das Spiel Formel 1. Das hier ist Formel 1 2017. So, dann machen wir mal den Grand Prix. Moderna F1 Wagen. Mercedes AMG, Petronas Motorsport und Lewis Hamilton. So, jetzt gucken wir, welche Strecke nehmen wir denn? Australien, China, Bahrain, Bahrain kurz. Hm. So, dann können wir vielleicht mal für den Anfang Bahrain kurz nehmen. Ja, nehmen wir mal. So. Wochenend, Reihenaufteilung. Okay, da kann man nichts machen. Trainingsart, keine. Qualifizing, nehmen wir auch mal keine. Rennen beginnt, Schaltgetriebe unterstützt, Schaltgetriebe, nehmen wir mal Schalt, Renndistanz, erstes Rennen. Ja. KI-Fahrerstufe. Nehmen wir mal für den Anfang. Sehr einfach. Ne. 20, einfach nur 20. Also einfach wie vorher. Weiter. So. Warte. Äh. Egal. Ich weiß mich nicht, ob man mich hören tut oder nicht. Weil ich das ja nicht kontrollieren kann. Okay. Ja, moin. Hey, ich hab aber Bahrain ausgewählt. Hey, ich hab... Ja, moin. Ich hab Bahrain ausgewählt. Warum bin ich jetzt in Melbourne? Was? Ich schwör, ich hab Bahrain ausgewählt. Aber okay. Ja, moin, Alter. Was soll der Scheiß? Hör auf, nicht zu ramm, du Mongo. Ach, du Scheiße, Digga. Alter, Scheiße, was soll das? Hallo, Alter. War das... Ja, okay, das war mein, das war mein, äh, Flügel. Das war mein Frontflügel. Am besten fährt es sich, wenn man auf der Linie bleibt. Kann ich aber nicht immer einen halten. Hm. Okay. Ja, sorry. Ich spiele es noch nicht so lange. Wir machen übrigens natürlich nur eine Runde Rennen. Soll ja nicht so lange gehen, das Video. Alter, ich schwöre, diese Kurve hier ist voll schwer. Übrigens, falls man es nicht fragt, hier mit der Sicht, ich kann mit dieser Sicht kann ich irgendwie viel besser fahren. Habe ich gestern ausprobiert. Ja, moin. Von Eis. Rolex, überall Rolex, Rolex, Rolex. Etwas, das ich mir niemals im Leben leisten kann. Alter. Ja, zum Glück habe ich nicht Monaco ausgewählt. Das ist eine sehr schwere Strecke. Alter. Nein. Nein. Alter, was ist das? Man braucht dort beim Fahren tatsächlich voll die Konzentration. Alter, ich bin fast auf dem letzten Platz. Oh mein Gott. Was ist das? Ja, moin. Ja, moin. Ah. Ja. Das war mein Fehler. Ich habe falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich das Menü gucken. Ja, das war mein Fehler. Ähm. Ja, komm, ich mache jetzt noch mal eine Runde. Einfach, einfach nur wegen diesen Fehler. Jetzt mache ich noch mal eine Runde. Ja, dann wird das Video zwar ein bisschen länger, aber dann ist es halt so. Es braucht dann noch ein bisschen länger zum Hochladen, aber wie schon gesagt, dann ist es halt so. Ja, ich wollte nämlich da das gucken. So, natürlich ist es alles 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%. Ja. Na, ernsthaft? Warte, ich höre noch eine einzige Runde, noch eine einzige Runde. Jetzt habe ich höchste Konzentration. Jetzt brauche ich höchste Konzentration. Aber wenn ich es dann nicht schaffe, dann machen wir das Video fertig, okay? Okay, machen wir es so oder so nach dieser Runde. Das ist jetzt letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Man muss hier bei den Kurven aber richtig aufpassen. Ja, moin. Ja, aber das geil ist, ich bin einfach mein erster Platz. So gefällt mir das. Ey, das geht nicht. Nein, du bleibst hinne. Du bleibst hinne, du Mongo, Anna. Hast du scheiße in den Ohren oder was ist das los? Ich habe gesagt, du bleibst hinne. Ne, du bleibst hinne, Alter. Stopp. Stopp trolling me. Vettel auf mich zu trollen, Digga. Was soll das scheiß? Du bleibst hinne. Verstanden, haben wir uns verstanden, du bleibst hinne. Du bleibst hinne. Ne, ich werde, du bleibst, ich werde, ich werde, ne, das, jo. Jo. Jetzt bin raus. Ich bin raus. Ja, moin. Ja, okay. Ja, also das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos hier fanden, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.